Hallo und herzlich willkommen zurück bei Teil 3 von Mass Effect Andromeda. Wir sollen jetzt helfen. Für ihn hier. War das jetzt Schiss oder Blitze? Wir müssen versuchen rauszubekommen. Erstmal gucken wir hier. Untersuchen wir mal den Typen. Oder was ist hier los? Nein. Ok, was waren die Missionsziele? Weitere Mitglieder der Pathfinder-Teams finden. Optional die toten Aliens. Ach, Scannen. Ok. Das ist natürlich eine gute Idee. Muss ich denn das Scannen noch... Unbekannter Bestandteil... Ach guck mal, alles unbekannter Bestandteil. Natürlich sind die Lebensform. Ja, also ich muss mich darauf fragen, wir würden immer den Scanner zu benutzen. Soll ich den... Ach, aber guck mal hier. Was haben wir denn? Was haben wir denn hier schönes? Schillkondensator, Brandmunition. Ja, daraus werden wir uns wahrscheinlich dann irgendwas craften können. Und 100 Credits hab ich das gegeben. Dann müssen wir weitere Mitglieder des Pathfinder-Teams finden. So, das machen wir dann... Äh... Wo geht's denn da lang? Ja. Einfach immer den rechten Stick. Also, so paar Sachen... Ja, da muss man mit der Steuerung noch ein bisschen klarkommen. Aber... Das wird sich doch alles gegeben. Denk ich mal. So, unser erstes Gefecht hatten wir in der letzten Folge jetzt erfolgreich hinter uns gebracht. Ja. Das ist Ausrüstung aus einem unserer Shuttles. Ja. Was ist denn? Nein. Fahrwerk, die sind's mal. Luft. Der Atmosphärensensor funktioniert noch. Lassen Sie mich raten. Er zeigt an, dass wir die Luft hier nicht atmen sollten. Ja, aber er registriert keinerlei industrielle Schadstoffe. Das ist also nicht der Grund, wieso hier alles tot ist. Und es sind auch keine radioaktiven... Was ist das? Die reden ja komisch. Shit, guck mal, da ist ein Gebäude von denen. Ich bin grad dabei, ich muss aber grad nachladen, dummerweise. Scheiße. Kann ich noch im Nachkampf irgendwas machen? Ich muss auf meine Lebensenergie achten, Mensch. Wenn Sie einen Kampf wollen, können Sie ihn haben! Was war das denn? Wo kam das denn? Ich würde sagen, einer war doch fast tot. Einer ist da noch! Äh, könnte ich die Art, um Wache zu wechseln? Ich hab noch gar keine... Okay, 113 EP hat er gebraucht. Das war der letzte! Ich fass es nicht, dass das hier wirklich passiert! Hat Kirkland es geschafft? Schande hin. Schande hin. Keine relevanten Daten? Ach, jetzt aber! Unbekannte Technologie. 2% unbekanntes Material, 7% Zenon, 37% unbekanntes mit... Jo, Illumination registriert. Alles klar. So, jetzt haben wir hier noch einen Behälter. Alles nehmen. Bio-Desinfektionsmittel. Okay. Woh-Shit. Kirky! What's up? Äh, weil wir auch schon von dem weggekillt haben. Mit ihnen umgehen, wenn sie plötzlich bis an die Zähne bewaffnet auf der Erde auftauchen würden. Ach, wahrscheinlich nicht. Damit kommt eine friedliche Lösung nicht mehr in Frage. Tja. Wir waren dabei, wo der Krieg begangen, Leute! Sobald wir die anderen gefunden haben, werden wir zurückkommen und seinen Leichter am A... Geil! Guck mal da! Ich hoffe nur, Gree ist noch am Leben. Fällt das Ding, man. Trotzdem, sehen Sie sich nur diese Architektur an. Das ist einfach unglaublich. Mhm. Können wir das Ding scannen? Okay, das ist merkwürdig. Selbst mit diesen Daten habe ich keine Ahnung, welchem Zweck das hier dient. Versuchen Sie sich mal vorzustellen, wie derjenige gedacht haben muss, der es erfunden hat. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Unsere Evolution hat sich zwei Millionen Lichtjahre entfernt abgespielt. Ganz schön unheimlich, wenn man so darüber nachdenkt. Scannen hier alles. Unbekannte Technologie. Funktion unbekannt. Tja. Was haben wir hier bei allem? Funktion. Optional, dass die Signalraketen... Den Signalraketen machen. Ich habe gar keine gesehen. Hey, sehen Sie mal. Signalraketen. Da drüben. Ach da. Das könnten unsere Leute sein. Ich markiere den Nachtpunkt. Was war das? Scheiße. Haben Sie das gehört? Ja. Leider. Oh Gott. Was zum Teufel. Wow, hier. Ja, passen Sie auf. Was ist das für ein Ding? Okay. Es ist tot. Was auch immer es war. Wie konnte es sich... Es ist vollständig organisch. Ich sehe keinerlei Anzeichen für irgendeine Technologie. Wow. Dann ist die Tarnung also biologisch? Ja. Erstaunlich. Kann ich hier irgendwas meine Lebensenergie aufzufrischen nehmen? Brandmunition. Maximale Schildleistung. Hm. Ich muss ein bisschen aufpassen hier, wie ich hier in die ganze Sache reingehe. Was ist das für ein paar Sachen? Ich muss mal nachladen. So. Oh. 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 Oh nein. Oh. Oh.. Oh. Oh. noch sind wir nicht von dem planeten bewegung in unserem bereich wir haben uns überrascht ein bisschen auf tarnung achten ich bin tot ist das das ist doch eine scheiße bin ich schon gestorben was auch immer es war es ist vollständig organisch ich sehe keinerlei anzeichen für irgendeine technologie das ist die andere hälfte unseres shuttles dass wir das überlebt haben noch sind wir nicht von dem planeten runter bewegung in unserem bereich das ist ein hinterhalt wo sind sie denn verdammt sie haben uns überrascht achtung da ist eins dieser tiere auf tarnung achten ja ich komme hier nicht hoch ihr oder sie die lassen uns keine wahl ich rede von allen seiten verfickte scheiße mann was ist denn das für eine pisse jetzt mal ganz ehrlich die kommen von vorne die kommen von der seite da haben sie noch ein verfickt unsichtbares tier dabei scheiße nochmal wie soll ich denn da auf alle sachen hier gleichzeitig achten oder was geht doch gar nicht ne der mother fucker hat hier gerade nahten ey was auch immer was auch immer so brand munition jetzt reicht es mir die fick auseinander nehmen und extra schuld und äh ne ich sehe keinerlei anzeichen für irgendeine technologie wow dann ist die tarnung also biologisch ja wrack voraus das ist die andere hälfte unseres shuttles wahnsinn unfassbar dass wir das überlebt haben noch sind wir nicht von dem planeten runter scheiße bewegung in unserem bereich das ist ein hinterhalt ach verdammt sie haben uns überrascht ach verdammt sie haben uns überrascht ach da ist eins dieser ziere auf tarnung achten wir oder sie die lassen uns keine wahl was ist denn dahinter sie wollen uns eintesseln position 6 uhr sichern ja keine ahnung was sind sie denn wer ist jetzt tot arschloch schweiß noch mal was du sau gehen sie in Deckung ja fuck man dem sind dagegen geht langsam wieder raus Das ist aber nötig. Wunder. Okay. Ein Glück. Nochmal die Scheiße machen, habe ich keinen Bock. Sollten wir nachsehen, ob es hier irgendwas nützliches gibt. Das sind Munition. Hier ist der Flugschreiber. Hier ist der Flugschreiber. Wo ist der Flugschreiber? Ach man, immer das Falsche. So. Scanny. Ich kann jetzt eigentlich mittlerweile schon mal speichern. Der Spiel kann während einer Prioritätsvision nicht beieinander gespeichert werden. Bei Kontrollpunkten wird automatisch gespeichert. Alles klar. Nicht, dass ich den... Scheiße. Nochmal machen muss. Fähigkeiten. Kampf. Gesundheit. Ja, brauche ich ein bisschen mehr. Ich habe ja gar keine Punkte zu verteilen. Alles klar. Dann machen wir es noch weiter. So. Damit in die Richtung. Ja, der Flugschreiber. Haben wir hier aber noch ein optionales Ziel. Wir finden weitere Mitglieder der Signalraketen nachgehen. Das machen wir jetzt. Auf mal ab, was der Kanal ist. Aber das ist nicht. Das sieht ja auch krass aus. Soll ich da runter. Wo müssen wir jetzt... Wir müssen da hinten irgendwie hin. Ja. Ich nehme mal aus und rum. Das ist ja. Kann man nix scannen. Da kann ich mal mit dem Bein hier mal runterlaufen. Auf dem Hügel, da ist irgendeine Art Bauwerk. Die Stürme setzen diesem Ort ganz schön zu. Genau wie allem anderen auf dem Planeten. Oh. Oh. Was ist das Problem zu merken? Naja, hoffen wir mal, dass niemand zu Hause ist. Ja, ho. Ich glaube nicht, dass das überhaupt ein Zuhause ist. Keine Außenposten jetzt von uns? Das ist keine Basis? Ja. Hier lebt niemand. Welchem Zweck dient es dann? Es sieht nicht aus wie die anderen Strukturen. Das Design ist da. Es geht anders. Es muss doch einen Weg geben, das Licht einzuschalten. Was ist da? Und was blinkt hier? Ah, ein Behälter. Nehmen wir es mal. Ein Nahkampfschrotklinz oder was stand da? Ja, geil. Ist nicht dumm, ist dieses blickende Ding nicht? Irgendein. Hüpfen wir es mal hoch. Ah, da hinten. Da war doch was, oder? Das wird nichts. Was da wohl drin ist? Was soll das alles? Aha. Alien-Gesicht benutzen. Nichts. Ich wollte es zu scannen. Nein. Was? Ach so. Voll, geht runter. Geil. Geil. Das ist eine merkwürdige Alien-Maschine. Ach was. Es gibt nur einen Weg mehr herauszufinden. Wollen Sie doch nicht etwa anschalten? Verdammt. Das bedeutet nichts Gutes. Oh. Die merkwürdige Alien-Maschine ist also ein Generator. Ja, klar. Warum auch nicht? Vielleicht hat er irgendwas gemacht. Gucken, was da drin ist. 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 Schauen Sie doch. Poesie klingt anders, was? Universal-Highplätze. Also ich finds hier ganz viele Baumaterialien anscheinend. Wer liegt der da? Oh was? Noch einer? Ok Also So Was ist das denn? Was ist das denn? Krass Krass Auf Diese Typen haben hier rumgestochert, anstatt die Finger davon zu lassen Tja, was soll das denn jetzt heißen? Äh Sagen? Ich will da rein Gut Warte mal, was sagt er uns noch an den Missionen? Äh Ja Das war es jetzt oder was? Jetzt sollen wir hier wieder raus und hinten weiter laufen Alles klar Ich dachte wir bekommen hier noch irgendwie eine andere Waffe Oder Vielleicht mal ein bisschen Lebensenergie Wäre vielleicht nicht schlecht Dazu müssen wahrscheinlich erst mal den Bob finden Welche Theorien Aufklärungsexperte? Es gibt auf diesem Planeten irgendeine Technologie Sehr alt Unterirdisch Und diese Aliens sind daran interessiert So wie Archäologen Das Wetter ist immer noch schlecht Wenn das so aufhört mit dem Tech soweit ich in ein anderes Gebiet gerade gehe Achtung Sie haben auf uns gewartet Ach verdammt Sie haben einen funktionierenden Blitzerbleiter Verfolgen diese Dinger uns? Sie sehen langsam so ab So gehe ich nicht unter Das dürfte dich kaum interessieren Huchuch Komm mal raus Da Das war der letzte Alles klar Wir sollten nicht warten bis noch mehr kommen Das finde ich allerdings auch Aber eigentlich möchte ich mal langsam Pistole zielfern Boah Okay Lebenspunkte haben Scheiße man Ob die Sonne hinten irgendwo hin anscheinend So War das? Was ist denn da? Was ist denn da? Das ist so ein Rauschen Ja, Funkrauschen Aber es ist dein Muster Schatz Das Rauschen wird lauter Genau hier Irgendes Pipeline Was? Ich verstehe sie nicht Ich komme aus der Welt Sie haben ihn So Wir kommen in Frieden Wir brauchen Hilfe Unser Schiff ist abgestürzt und Was bedeutet da kommen sie nicht raus ich habe an mein mikro geklopft und gehofft dass es jemand bemerkt geht es ihnen gut ja wo sind die anderen aber fischer lebt er ist bei der absturz stelle er hat ein gebrochenes bein und ich sehe mich nach vorreden um und gehe dann zurück bleiben sie dort wenn sie angekommen sind wir suchen das shuttle meines vaters viel glück ich kann es kaum erwarten von diesem felsen runter zu kommen ich auch nicht aber wir werden in der nächsten folge weiter schauen wie wir vor ankommen und ob wir mal vielleicht ein bisschen lebenspunkte bekommen ich hoffe es hat euch gefallen ich danke auf jeden fall fürs zuschauen und hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder dabei bis dahin tschau